willkommen zu einer neuen runde von let's play together warframe mit fuber und schnobber alter war schon wieder gesoffen ich habe es genau gehört ich sauf immer besser doch so machen wir mal geschenk von lotus ja war ich muss erst mal gucken muss ich dazu auf die map gucken oder ich drücke einfach mal drück mal annehmen na mal gucken wie lange heute durch jetzt ja die erste mission dürfte eigentlich wieder verkackt werden ja wahrscheinlich sterben wir jetzt viermal dürfen ja ich habe ja noch mehr leben ja du aber ich nicht ja nee nee du kannst ja jetzt sogar weiterspielen aber du kannst dann halt pro mission nur einmal sterben ja super und dann fängt man wieder von vorne an ja wenn du so nicht schaffst du musst du mal von vorne anfangen beispiel komisch ach er lädt aber auch wieder ewigkeiten muss der weit entfernte galaxie sehen die du ausgewählt hast aber richtig weit aber du kommst und nicht so richtig voran doch ich bin sogar ein bisschen weiter als ja bin ich ein stück weiter dann geht das bestimmt wieder schief der ruckelt bestimmt jetzt wieder so ja okay durch das aufnehmen wird natürlich auch noch mal langsamer was doch ramm schonend nimmst du die fraps auf oder ja immer noch fertig ich auch halb dich ja noch mal überholt großen petra die sagt er ist denn petra naja petra alter dürfte es auch nie ein spiel entwickeln wo er weiß denn petra wir müssen 181 feinde super das erinnert mich an die an die aber ich glaube und eine fraktion spielt hier mit uns hauptsache die mussten mechanischen ich muss mir jetzt mal wieder passend das ist ein gegner ich muss mich erst mal voll wieder dran gewöhnen oh mir liegt es schon mal ein fusion wieso habe ich nichts aufgenommen ach da boah hör auf zu lecken lecken oder lecken du bist ja außen alles für dich das ist aber schön die komischen dinger sind vor allem wir haben erst zwei getötet ich habe ihn gesehen aber es sind schon acht tot ne ihr habt ja gesagt schon wieder vier tot fünf mit uns ja ja die premier oder so ne ne die anderen die anderen die mit den roboter vögelviechern ne die roboterviecher müssen wir töten ja aber diese menschen davon der hat mitgekämpft prämieren tue aufgestiegen und wir müssen wo ist denn hier oben da ich sehe es nicht wo sind wir eine anzeige wo soll denn hier sein der ist auch unter obwohl ich weiß dass wir nicht machen ansatzweise wo das ist ja hier oben ach da liegt es ja wie war noch mal markieren G oder so was ich komme ich nicht auf Gustav 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 was machen die denn ach der kämpft auch gegen uns dann kämpfen alle die kämpften alle gegen uns aber dann der Punkt ja ja die kämpfen auch gegeneinander aber auch die schießen noch auf uns also auf alles schießen was hier lebt tue das war mir zu übersichtlich ich sie nicht mal ein Feind jetzt sie tötet alles oben tue 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 hat was war das denn so weitergelaufen ja das ist jetzt das raumschiff wird beschossen oder so ,, es ist feier 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 f Oh, da gibts anderen Selten ne z irgendein goldenes ding gekreuzte schlange wir kreuzten aber nicht die schlange oder war noch ich bin mal zu weit die rechte seite wir sind alles gut wenn wir nicht glücklicherweise jetzt ich bin mal wieder an ich denke es ist ein raumschiff scheint nicht ganz wahr ich glaube wir waren jetzt wir waren jetzt in dem teil von den hier ist noch einer wir waren jetzt in dem teil von den korpus und jetzt gehen wir rüber zu den schild wo wir nicht durchkommen ich bin ja positiv überrascht dass ich noch dabei bin ja sind wir alle was ist doch das gelbe was mir bei mir leuchtet eine feindliche fähigkeit oder bei dir leuchtet was gelbe bei der energie hat so einen gelben kreis her finde ich dann auch in dem zeitraum wenn ich so nah mache dann hat er einen gelben Stück Wings überhaupt hast du überhaupt deine Fähigkeiten ähm ähm Fähigkeiten hehehe da ist ja nur die energie ach die kann ich ja mit Füttler am Maustaus da fällt mir grad wieder ein da hast du nicht schon dein Ulti mein was dein Ulti siehste das ist jetzt hier die das Verbindungstor ach du Gott was ist denn da blau ne Mauer ne das ist der Typ der da wieso laufen die weg halt hier ne die schießen auf ihn wer das ein Fähigkeiten ist we've been locked out let's override the security nein isst du das friss moni tre nein du Atta 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 oh ich verliere Leben ja ich fast oh hab den gerade noch so besiegt die kriegt nur noch 112 aber ich hab ja generell nicht so viel tsch hallo Leute Alter wieso sind die hier stark die sollten umfallen bitte die sollten umfallen die sollten umfallen muss mal schießen oh ne das hat keiner gesagt ja jetzt haben sie das vor zumachen und er kommt nicht durch weil er abhorn will siehst du das dann kann ich ihn auch in Nahkampf Munition sparen ey das war meine Idee ich hab einfach nur mitgemacht ja ja hext du oder hext du eine frechheit das ist ja eine frechheit hä ich hab doch alle doch nicht irgendwie fehlt bei mir die Sprachausgabe von Lotus ich bin schon wieder weitergerannt ja natürlich sowohl mit dem da noch mehr probleme hier unten ist er noch so ein großer vielleicht kann man ihn von oben verballern natürlich kannst du das naja da hab ich noch mehr deckung aber mit dem mod da unten hast du ihn lassen ab mal mecker 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 ruhig mit dem eben geht zwar kein aber auch da ist er da sind zwei hey ich denke wo ist denn der große hast du den schon fertig gemacht naja der wurde von oben von den anderen die töten pass auf da sind noch du bist du denn wo bist du nach daniela da geht es nicht und gegner sind hier hoch ich bin gleich tot 15 hp noch alter noch hier unten ist noch ein motto ist hier unten ist ein mord gewesen wo ist aber wie weit ist das denn weg das ist ja hier vorne ja ich bin doch hier bin wieder hier in deinem ja ganz mit höchster richtig gute meine vorarbeit es ist jetzt doch wieder da unten lang nach hier sind die fängnisse oder gesundheit wenn ich doch tschu hey hat das erschrocken und das ist voll unrealistisch wenn man durchs feuer rennt und schaden bekommt ja eigentlich ja das ist wie wasser warum hüpfst du wieder zurück ich weiß es nicht ich krieg toll toll hast du super gemacht jetzt musst du wieder rüber also ich na weil du das kannst nein wo ist denn hier so ein ding da links ich kann das sehe ich da bist du auf mich in der Hälfte die Säule aber wahrscheinlich gibt es die Sicherung durchfällt das ist oft zu zütteln na na ganz super singen aber das wird wie ich wollte haben voll an das ist nur kontrollpunkt die wilde warum steht das so ich will lebenskugeln hallo lebenskugel softer ja oben ist böse ja du kannst durch mitschießen über woanders ich sterbe wo auch beteilte ich habe nur noch wirklich leben wo bist du denn dankeschön jetzt ist der kam und so ein blaues ding guck mal für mich das recht der kugel ist nichts aus mit hat das sind irgendwelche fischer oder hat sich der socken war und deswegen bist du mir weiß ich nur offenes erleben dann bitte 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 am ende ist bestimmt denn ja rack oh da wird er verfolgt ich bin er irgendwo genau ja ist er oh oh die kommen ja mal so unterteilt mal ein grenier mal korpus die abwechslung oh bin zu weit voll dann spring ich extra rüber und dann ist ja nur 20 gewehrmuniktion drin doch gleich doch nur noch sechs gegner auf den fuß ja habe ich dann auch nicht mehr ich war eigentlich vor ich verliere schon wieder leben von unten was wurde sie getroffen schnittschale ich sehe aber auch gerade hier keinen ich höre den da oben oben sind sie müssen hoch hüpfen eh wo geht's denn hier hoch hä na hier an den dingern hoch ach du scheiße hä warum hüpft man denn da so hoch noch nicht der grönt da ist was die rung so mit einer soll noch unten sein was sind das in der ins ist ja auch sinnig wenn du einen schnitt schaden bekommen hast Ja, ja. Verlierst du gleich Leben. Schweinerei hier. Das ist eine frische Arbeit. Oder war wieder Affinität? Ein Affen. Der lässt du denn hier an allem ver... Ach, nee. Wer wohnt da jetzt jetzt im Ziel? Oh, hier. Energie. Gesundheit, meine ich. Können wir noch links hoch drauf. Können wir wieder innen auspacken. Gibt's auch keine Ahnung, was du mit dem Auspacken immer willst, aber... Oh, hier sind ja noch welche. Loll. Hä? Warte ich nicht. Ist doch aber jetzt ein Bug, oder? Komm, wie denn hier? Toll, Energie. Ja. Gesundheit, meinst du? Ja, so eine Waffe. Gesundheit, Schnauze. Hier ist nichts. Ah, da war... War dann da nicht noch eine Tür? Nee. Weiß nicht. Da sind mehrere Türen. Aber die geben nicht auf. Aber warum kommen denn da auf immer noch Gegner? Keine Ahnung. Das ist ja alles dubios. Da packst du gerade innen aus, weißt du? Boah. Oh. Die Perverse-Reihen hier immer. Geht denn den Ball durch? Yeah. Wahnsinn. Yeah. Oh, guck mal. 25 Fusionskern. Wahnsinn. Aber ich... Ah nee, das war nochmal extra Rächer. Ich würde schon sagen. Ich hab doch noch andere aufgenommen. Oh, du warst ja wieder top drauf heute hier, ne? Ich hab gar nicht hingeguckt. Spitze. Bedanke mich. Bedanke mich. Tschüss.